Ich fang jetzt an, ok? Jaaa Ok, pass auf Kannst du nochmal anfangen? Ja ok, warte Kannst du bitte nochmal anfangen, bitte? Moin! So, mit dabei, Alex und Nils, Vollgas Hallo Was sagst du da an? Beste Anmod aller Zeiten Beste ever Ja klar, Alter Vom Motto her einfach rein Soll ich mal diesen Hebel betätigen? Bin ja schnell da, bin ja schnell da Oh Der anus Oh, der anus Another anus Another Maybe the last anus Who knows You, 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 you never know Hey, hey, hey Bleibst du mal in deinem Grab liegen, du Arsch? Hey, 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 hey Noch einer Mach ich weg Ich will auch da Ich will nach oben Da komm ich ja gar nicht ran Scheiße Ja, dann bleib ich hier hier Kein Spot Denn High Ground is New Ground Hä? Gen? Oh What the fuck? Was ballert denn hier, ey? Ach da oben Fuck, alter Der Ballert von Das ist einfach ein Fucky Raketenwerfer Und tot, Junge Wurde Oh, Alter Aber das ist echt Raketenwerfer Hier bestehe ich dir einfach mal Bei ihm Die Würstchen Oh, warte da hinten Hey, ich hab' ihn sein Cockback gelohnt Warum stimmt er nicht? Oh Oh Ist tot? Au Oh Mann, Alter Ihr müsst mir doch mal helfen Überall Sniper auf dem Dächer Nee, ich seh' keine Doch hier I don't like it Alter Alter, dein Boden ist Explodiert Alter, was für Pimmel hier Überall Alter, was für Pimmel hier Aber mir passt das gar nichts Weil ich da auch Im falschen Spot drin glaube ich So, ich stelle mich jetzt hier hin Alter, da ist der Action Wir müssen ja irgendwo noch hier sein Der Tor ist noch hier offen Irgendeine Ada Da, Alter Alter Aber das war einer Und jetzt habe ich einen Flammenwerfer gefunden So dumm Der Mix Ich hab' noch eine Hand gedeckt Oh, was sah Oh Was sah Ooooo 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 Oh, geil Eine Leuchtung Daheri Komm drauf Okay, stirb doch du Henning Geh mal weg da Kardo, komm zurück Komm zurück Komm zurück Kann ich nicht Kann ich nicht Ich hab da gefährliche Mäuche Spielergarten sind traurige Violine Tricks Oh, kriegen wir jetzt die krasse Gart Legen? Ich bin damit verladen. Ich geh rechts lang, ich geh rechts lang. Schießt mich hinten. Ja, stopp. Jetzt. A, U. Deshalb will ich die Sprenglade mitnehmen können. Ne, Alter. Leute, auf dem Dächern sind wieder Dings, oder? Ah, ich werd die gegattert, tattert. Oh, da ist so ein Heesliga. Den hab ich in das Gesicht geschossen. Nein. Ich hab's gewählt, ich hab's gewählt. Spielverderber. Ich krieg die Basuka nicht. Wow, wow, Alter. Das macht mich ja richtig sad, Leute. Das macht mich sad, Leute. Oh nein. Oh, Alter. Lol, hä, wo ist die Akkete geflogen? Er ist einfach weg. Oh, du lebst da wieder. Oh, schön, Alter. Schieß mal auf das brennende Ding da, was da so blinkt. Oh nein, Alter, jetzt kommt er auch noch von dir aus dahinten. Oh mein Gott. Oh nein. Ich bin auch am Verboten. GG. Läuft nicht gut bei uns. Drück, ey, drück 4, drück 4. Hast du noch ein Medikit? Bevor er dich isst. Oh, ich hab keine Money mehr, ey. Du hast ja keine Medics? Nein. Jetzt hat er eins, weil dann hat er sich geheilt vorhin. Ah, scheiße. Lebst du noch alles? Ich bin voll am Arsch. Ne, ne, ich bin am Arsch. Ihr liegt doch nebeneinander, aber fragst du, ob er noch lebt? Hallo, Alex. Nochmal, wir brauchen Kado, sonst wird das nix. Na, ich bin doch cool. Aua. Mannes. In meiner Hose. Was? Geht hier voll einer drauf ab, als ob wir es von vorne machen müssen, oder? Es geht direkt einfach weiter, Alter. Kado hüpft da einfach durch. Lalalala. Ist ja nix los, oder? Ach, ich wollte eigentlich, ich wollte eigentlich was holen. Wie er es gesehen hat. Warte, jetzt kann ich aber meinen Plan machen, den ich vergeben hatte. Ah, geh way for me. Oh, Kado, ey. So dumm, dass du da runter rennst. Ich würd mich gerne holen, weil ich hab noch eine P in 2, 3, 1. Wollen wir mal runter? Warum kommt die nicht runter? Alter, weil hier haben wir viele Sinn, vielleicht. Ja, dann ballert die doch weg. Ja, du, haha. Du, Kado. Mensch. Was? Inferna, äh, inferna T, oder was? Hey. Hä? Achso, gedrückt hat. Oh, jetzt hab ich geschossen. Alter, das dauert. Ich bringe erst nicht bereit. Achtung, oh, oh, lol. Ich hab grad geballert. Aber jetzt machen wir ein bisschen entspannt. Wir rennen nicht gleich in unseren Tod. Achtung, 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 Achtung. Wo wollen wir ja nicht, ne? So, kann ich jetzt den Knaller zünden? Du hast doch die Bombe gar nicht mehr, du bist so schlau. Ja, ich dachte, ich hab die. Achso, ne, du hast die abgeworfen. Ja, sorry. So, jetzt kannst du jetzt hier, aber bleib oben. Ne, warte, ich will auf die andere Seite hoch, weil da kommen ja richtig viele Viecher. Und ich dachte, ja, dann mach das halt. Du wirst es wegmachen, danke. Sniper, Sniper, Sniper. Kümmer dich um die Sniper. Ja, ich plänte doch nur, Alter. Kümmer dich um die Sniper? Ja, beide. Nice, gut. Ich, ich, ich defende hier die, 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 die Dings. Ich mach hier unsere Schweißertypen jetzt wieder. Das ist aber auch nicht die Klammerei hier, du. Hä? Jetzt kein Juli? Soll das denn? Seh, nix, Alter, Nils ist so hell. Du brenst, du brenst, du musst weg. Danke. Ah, da lief die Bumsen nicht ganz schön doll hinter uns. Braucht man nie... Ey, Nils. Alter. Zurück, 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 zurück. Ich kümmere mich um die anderen, die hinter uns sind. Oha! Oh nein, jetzt brennt's da hinten, ey. Gebt mal weg. Ach, den Erken. Wieso halten die so viel aus? Warte, bitte sterben. Wenn er auf dem Boden liegt, müssen wir sie hitten. Oh, lass mich vorbei! Oh! Oh, scheiße, ich bin tot. Oh, ich mute. Oh, fuck it, ey. Sind wir alle tot? Ne. Mach doch die hinten. Nein, aber auch. Ich wurde jetzt hell schnitzelt. Hass, hell schnitzelt. Ah, nein, nicht wiederbeleben. Hey, ich bin Zombie. Hallo. Als Zombie sehe ich immer noch sexy aus, muss ich sagen. Ich bin öfter gestorben in der Folge, als ich gedacht habe. Du bist halt echt. Alex, du machst das. Das ist dein Sobrett. Ja, 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 ja. Ich glaube, die Fetten kriegen wir nur tot, wenn die auf dem Boden liegen. Dann musst du hingehen und die ohne den Kopf wegballern. Eins von beiden. Au. Und tot. Lauf, Alex. Oh, da wird er von uns gebumst. Da wird er von uns gebumst. Nein, nicht mich! Ah! Jetzt ist er tot. Ich glaube, das sind viele. Kann das sein? Ja, das sind echt viele. So, Kado, du hast nur einen HP, wenn du gleich in der Luft bist. Nein, nein, nein. Stimmt nicht. Drück E oder kannst du nochmal aufstehen. Achso, nee, nee. Hier, Kado, fass auf, dass ich nicht direkt stürze. Ja, hab ich verstanden. Ah, jetzt habe ich gekleckert. Scheiße. Hehehe. Ja, Metzger hier, Alex. Ja. Bin dabei. Meine Seite habe ich hier. Komm hoch, Kado. Ja, ich komm. Ja. Meine Meta haste blockiert halt also. Ah, aber sonst? Oh, das ist alles. Alles so zicke. So. Oh nein. Oh nein. Lauf, lauf, lauf. Er chargt. Er chargt. Es ist einfach auf Raus noch, dann kann ich hingehen und ihn finishen. Der ist halt so Tanking Haugisch. Jetzt. Jetzt. Er ist du sicher. Perfekt. ok ok der bus weg bin damals ach so du hast sie kann man so machen hätte wie alle vom arsch weg jawohl jawohl so läuft das hier und machen wir alle weg noch unsere granaten die eine seite gemacht wenn man sollte auch richtig weg den weg aber wir hatten halt die beiden hier allerdings auch wo sollte ja ich wollte gerade mit versuch überballern aber irgendwie kam ich nicht mehr dazu ich schoss ich habe so geil der nille hat halt richtig punkte gefahren ich habe richtig er diese episode ist meine episode das der schnaps die ansage hat links immer deswegen auch so passiert einfach ja ja auch noch mal action gibt mir fucking action ach jetzt ist ein vulkan ausbruch random einfach in der scheiße wie rent sich das am ende aus wer war er denn fleisch und blut ein dichter und senker war das alle das ist schon mal passiert errungenschaft freigeschaltet man nur eine 65er kombo ey man nur aber 92k punkte unterstützungsmügel und ich habe die grenade im mod a bekommen nice yo oh blade kam mit liebe und mit kieber ja geil mit kieber warte mal zu der hell oder wie andere sagen würde lehe fleisch die presse lehe psch pss 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 Das ist ein Blut-Sacrifice, der das Pentagramm über all die Italien schraubt hat und in ihrem Zentrum etwas Schlimmes zu spüren. Alles was wir tun können ist, dass wir unsere restlichen Forzen sammeln und uns stand gegen die Schmerzen. Schmerzen! Okay. Okay. Warum? Oder wir sagen... Oder wir sagen... Give me more! Give me more! Mein Bildschirm ist ganz schön dreckig, holy shit! Das ist das Spiel, Leute! Mein Bildschirm ist dreckig! Mach ihn mal sauber! Ich dachte, mein Bildschirm ist so dreckig war er doch gar nicht gerade! Das geht nicht weg! Das macht mich traurig! Ja, das macht mich wirklich traurig! Das macht mich traurig! Okay, Leute! Hey Leute! Danke, dass ihr zugeschaut habt! Ja, Mann! Geil! Lass ein Like da, lass ein Abo da, schreib in die Kommentare! Nils hat ganz schön gecarried heute! Gott sei Dank! Irgendwie ich nicht! Ich hab ganz schön Bauchschmerzen! Du hast ganz schön gewastet hast du! Ja, ich bin auch gestorben! Alles klar! Haut da rein! Bis zum nächsten Mal! Ciao! 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 Ciao!